Ich bin der 50. Gast heute. Kann ich Ihnen einen Gratis-Donut bringen? Ein Gratis-Donut? Ja. Was haben Sie denn noch? Einen großen Gratis-Donut. Von welchem Gast eigentlich? Also hier, von Estrada? Ja? Ja, wirklich. Ja. Okay. Ich bring's einfach mal. Zum Mitnehmen gerne. Okay, zum Mitnehmen. Kein Problem. Moment. Entschuldigung, die Bank wurde eben reserviert. Wir haben einen Anruf erhalten. Ich muss leider Platz machen. Ja, ich geh schon. Okay. Bitteschön, da kann Ihnen noch unterwegs nichts passieren. Da sind Sie sehr sicher. Bitteschön. Einen schönen Tag noch. Sie sitzen hier gefährlich in der Sonne. Wir sorgen hier für das Wohlergehen der Leute. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen... Oh, danke. Bitteschön. Weil die Sonne... Oh, jetzt kam das los. Moment. Die Sonne knallt heute sehr. Geht das? Nicht, dass Sie Sonnenbrand kriegen. Danke. Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Was kann ich hinbringen? Äh... Das Gerät ist kaputt. Ach, das ist denn? Ein Schokomilkshake? Okay. Ähm... Was kostet ein großer? 1,80. Dann nehmen wir zwei große. Okay. Das war's. Das war's, ja. Okay. Hallo Mädels, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wurde gerade angerufen und der Tisch hier, der ist jetzt reserviert. Könntet ihr den bitte wechseln? Ja. Ja, dann bitte jetzt. Ein bisschen schneller. Wir können auch ein bisschen freundlicher sein. Schneller. Hallo. Bestellen? Wie bitte? Jetzt habe ich bei Ihnen was bestellen. Ne, ich habe heute keine Lust. Kann ich euch noch was bringen? Ja. Wunschluss glücklich? Bringst du uns was? Klar. Also wir haben auch noch einen anderen Service. Wir probieren das jetzt aus seit letztem Jahr. Das hat ganz gut geklappt. Wenn ihr da Interesse dran habt, wir machen jetzt nebenbei auch hier einen Friseurladen auf. Wir können das auch mal machen. Moment. Du musst schon stillhalten. Achtung. Kann ich noch irgendwas bringen? Trinken? Essen? Meine Telefonnummer? Nee. Nein. Ja, dann ist jetzt hier leider reserviert. Dann müsst ihr jetzt bitte gehen. Okay. Okay. Ohne zahlen oder mit zahlen? Weil ihr seid heute nur 5 Euro für alles. Ja dann. Ja dann. Einmal sofort. Okay. Na gut. Ja? Ja. Ja klar, warum nicht? 5 Euro, ja? Ja. Danke. Tschüss. Was kann ich Ihnen bringen? Noch nichts. Noch gar nichts? Noch nichts. Ich hätte ein Zombie-Hörnchen im Angebot. Nein? Nee, dann nicht. Okay. Dann wählt mich, wenn es so weit ist. Alles klar. Viel Spaß noch. Sie machen einen guten Job. Hallo, ich würde gerne jemanden anzeigen. John Odigi, das Doktörchen, der Unbestechliche und Eishacks heißen die im Internet. Müsst du zur Dienststelle kommen? Okay. Kann ich nicht hier machen. Wir sind gerade gebunden mit der offensamtlichen Maßnahme. Okay. Die Dienststelle kommt, wieder Zeit. Alles klar. Dankeschön. Das mitbringen, was sie brauchen an Beweisen oder etc. Okay. Gut. Die geben mir halt Geld, ohne dass ich das will. Deswegen, ich finde das irgendwie ein bisschen eigenartig. Es ist keine Straftat erstmal. Wirklich? Wenn die ihnen Geld geben. Und wenn die mir das zuschicken, einfach so anonym? Wenn es kein Falschgeld ist, begeben sie keine Straftat. Okay. Also kann ich nichts machen. Ja, ich freue mich. Ja, okay. Ich hoffe. Ja.